. 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 Also, Du kannst auch, hier eine Etage weiter runter, kannst du auf den, ähm, kannst du rundum aufs Rondell. Du kannst nicht öffnen. Komm mal her. Ja, aber das ist... Das sieht so geil aus mit den Flügeln, wenn die hier im... Oh, cool. Oh, ich bin stolz auf meine... Erik, komm mal hoch. Komm mal hier, eins hoch. Ähm, eins hoch? Ah. Ja, hier, durch die Dingens. Ah, yeah! Das sieht cool aus, ne? Und ich würde sagen, wir haben eine Siebziger Mühle. Unsere kleine Farben. Eine Siebziger Mühle ungefähr. Eine Siebziger Mühle? Wir haben eine Windmühle, das ist das, worauf es drauf ankommt. Andere haben das nett. Und wie nennen wir sie? Betty? Haha, Betty! Okay. So, jetzt gehst du mal auf den Weinberg, muss ich mal auf den Weinberg gehen. Und das Ganze bestaunen. Geh wechseln Apfelbaum rein. Das ist cool, ne? Also ich finde die Apfelbäume, die können wir... Also da kann ich wieder ein, zwei Runde rumpflanzen unten. So. Ja. Wir können wahrscheinlich mit dem Malz da noch was anfangen. Reiner, krass. Wo ist denn der? Der ist auch weg, gell? Deswegen kannst du keinen Hammer herstellen. Warte mal. Weißt du, was richtig cool ist? Es gibt ein Müllerhaus nebenan. So, mal fix auf den Weinberg gehen. Und das Ganze vom Weinberg beobachten. Unsere mächtige... Wo hast du denn die Massen an Weizen? Äh, in der einen Fleischkiste. Also da, wo die vier Gemüsekisten übereinander gestapelt sind, in der oberen oder unteren. Da war noch Platz. Oh, scheiße, sieht das geil aus. Da muss ich mich mal wieder in den Wein reinsetzen, hier. Da sind acht Wei... Nee. Wie Weizen hast du denn? Da sind acht Weizen. Da sind 15 Weizen. In der... In der Fleischkiste. In der Fleischkiste? Da stehen doch hinter... Wenn du an der Nahrungsmittelkiste stehst, das ist links zwei Tische im Winkel. Ja. Hinter dem linken Tisch sind zwei große Kisten übereinander gestapelt. In der oberen oder unteren habe ich die reingepackt, weil nirgendwo mehr Platz war. Ah, okay. Die liegen... Die lagen hinterm Hühnchen. Ja. Da können wir ja auch erstmal... Machen wir ein bisschen Bier raus. Und dann viel, viel Brot. Ja. Also, wie gesagt, ich schmeiße jetzt mal an die Mühle. Mal gucken, ob sie läuft. Oh, ja. Mal gucken, ob sie auch von hier läuft. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ich sitze gerade im Weinfeld. Richtig idyllisch. Die Rebstöcke. Ah, okay, die Ulme und sowas. Die verdecktes Lagerhaus und alles, ne? Aber man sieht die Mühle, echt. Mühlsteine in Bewegung setzen. Ja, mach es, mach es. Achtung, es läuft. Achtung. Und... Ja, es bewegt sich, Alter. Sieht das geil aus. Oh, das ist der Hammer. Komm auf den Weinberg. Ey, das ist ja echt Bombe. Und das... Alter, du musst dir in die Mühle kommen. Das quietscht. Echt? 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 Ach, das ist geil. Geil. Aber wie kann ich jetzt... Und von hier draußen macht das so... Hat man so einen Rattern, so eine... Ja, so einen Knarren, ne? Boah, sieht das geil aus, ey. Das sieht geil aus, ey. Wenn da Bewegung in der Siedlung drinne ist. Unser Windmühle ist fertig. Aber... Mühlsteine in Bewegung setzen. Und wo setze ich jetzt... Wo schmeiße ich das... Das Korn rein? Vielleicht macht ihr das automatisch. Vielleicht kommt da automatisch Mehl raus. Pro Stunde. Einen oder zwei. Weiß ich nicht. Es hieß ja damals, ganz am Anfang des Spiels, wenn die Windmühle fertig ist, die ist zur automatischen Produktion von... Äh, Mehl. Von Mehl, ja. Genauso wie zum Beispiel das Sägewerk. Oder hier das... Ja, genau das Sägewerk, was du, äh, ans Wasser bauen musst. Da sollen dann automatisch immer in verschiedenen Abständen, so wie jetzt am Wasser immer Holz aufploppt, sollen dann da halt Baumstämme rauskommen. Ja, und was soll ich da machen mit meinem Inventar? Keine Ahnung. Lass die einfach in Bewegung. Und dann kannst du die auch ausschalten. Du kannst die Mühle öffnen. Das Inventar der Mühle öffnen. Ja. Das ist ein richtig Platz. Ach so. Das Inventar der Mühle öffnen. Öffnen, ja. Ach so, und dann hau ich da jetzt einfach mal... Weizen... Hau mal 100 Weizen rein, na. Da sieht das geil aus. Ups, B-O-Mio kippt. Geil, Alter. Richtig stolz. Stolz auf dich, Erik. Danke dir. Das ist super gebaut. Aber guck dir mal den Stoff an von den Flügeln. Wer den gemacht hat da. Ich hab Dings... Ähm... Ich hab... Ähm... Ich hab die ganze Nacht durchgearbeitet für die Mühle. Also wirklich... Ich hab die ganzen Materialien beigeschafft und... Ich hab da die Mauer drum und dieses... Also es war jetzt auch wieder zwei Tage Arbeit, die Mühle. Ich hab da... Hat wer von euch irgendwo ne Schrittsacke? In der Kinn? Nee, liegen... Nee, liegen keine mehr. Das ist das Problem. Ja, wie das quietscht. Das ist ein Hammer. Ja. Die ersten Häuser schon stehen, dann schon... Das Geile ist, auch wenn du die Lichtstrahlen an hast und die Mühle oder die Flügel den Schatten über die Sonne werfen. Das sieht auch cool aus. Ich geh mal rein. Oh ja. Bewegt sich, bewegt sich. Ja, und es quietscht voll. Ja. Oh ja, das Zahnrad hier oben bewegt sich hoch. Ey, ist das geil. Mühlenstein anhalten, Landwirtschaft, Mühle anhalten, Bewegungsanle öffnen. Jetzt hast du 120, äh, Dingens hast du drinne, ne? Alter, hier steht sogar ne... Da kann man sich drauf hocken. Also 80 Fassungsvermögen hat die. Ja, genau. Aber wo kommt das raus? Neben ist noch ne kleine, süße Häuschen. Ja, das ist so Lagerhaus. So, dann müsst ihr die ja Weizenproduktionen. Freimengen. Oh, cool. Wenn du hier stehst, ey, und dann bewegen sich die Mühlblätter, ist schon geil. Ist schon geil. Mal gucken, wie lange die jetzt hier am Werkeln ist. Aber irgendwas bugt hier. Wieso? Haben wir immer wieder so Grafics... ...in der Nähe der Mühle. Wir haben jetzt eine Stunde 57 Minuten gebraucht, Leute. Das ist eigentlich gar nichts. Wenn wir alle zu sechs da gestanden hätten, hätten wir den nur nach Stunde hochgezogen. Ähm, hast du jetzt das, ähm, planieren mitgerechnet? Ne, nur das Bauen jetzt. Brauchst du jetzt noch zwei oder nicht? So lang? So, ne, der Ding ist jetzt voll. Also, alle da? Ja. Au. Ist Vlad auch da? Ja. Ja. Jetzt total falsch rum platziert. Hey! Da haben wir unseren Stall. Geil. Und er ist falsch herum, oder? Ne. Nein, der ist genau so. Ist perfekt. Yeah. Ja, aber wie kannst du die Pferde hier reinbringen? Ja, einfach quatschen hier. Durch den kleinen Eingang und dann... Achso. Oben an der Windmühle. Jetzt fahr ich gleich wieder um. Komm, lass mich mal ran. Ich park direkt drei in einer. Unser Stall ist fertig. Oh, Akira. Ja, vor allem das geht wieder, oder was? Mit dem Kopf durch die Wand hier. Was denn? Oh, cool, Leute. Ich will rückwärts einparken. Bitte rückwärts einparken. Die Balken, die jetzt nur rüber waren, tue ich ins Lagerhaus. Ja, tue die in die Karren. Da kann man sie immer schnell raus. Die Pferde stehen falsch, wenn ihr die rückwärts einparkt. Dann packen die doch in ihren Trog. Ja. Ist doch gut. Gut. Ja, na klar. Schön, fein ist das jetzt. Komm, du bist da sammeln. Ja, dann kannst du dem einen Pferd geben, was das andere Pferde ausgepackt hat. Kann man mal von außen gegucken, die ganzen Kram? Das ist geil. Die Pferde gucken dann so aus den Fenstern raus. Das ist nicht. Hier ist ein Fenster kaputt. Hallo, Hottie. Oh, was. Scheiße gebaut, Ludwig, ne? Oh, echt. Was ist denn da los? Also, ich habe nur das verbaut, was ihr mir gebracht habt. Das würde ich jetzt auch so sagen. Das sieht toll aus, Alter. Von der Windmühle aus sieht das auch stark aus, oder? Besonders, wenn du von der Windmühle das Feld runter rennst. Du hast da hinten den Schatten von der Windmühle. Dann siehst du deinen Schatten, wenn du First Person läufst. Das sieht hammergeil aus. Jetzt können wir die Bühne mal von innen sein. Erstmal, hier geht's ja nicht rein. Aber das Schöne ist, wir können da echt noch ein bisschen was vorbauen vor der Pferdestall. Ja, das war ja so gedacht. Deswegen sagten wir ja, schräg setzen, damit wir da was drumherum machen können. Aber auch vor den Eingängen, also der Hintereingang sozusagen, wo die Leute reinlaufen können. Da kann man auch schön was noch hinbauen. Leute, ich bin stolz über uns. Ist das geil. Lupold, kommst du mit hoch an den Pferdestall, dass wir die Pferde rausziehen können, damit wir den Kleinen abreißen können? Was ist die Schuhe? Lass die doch noch über Nacht mindestens drinnen stehen oder so, weil wegen dem Dung. Das machen sie auch im großen Stall, den Dung.